Leute, ich bin der größte scheiß Arachnophobiker auf dieser Erde. Ich bin auf einer Arachnophobie-Skala eine 100. Und das auch nur dann, wenn die Skala bis maximal 10 geht. Für alle, die es nicht wissen, Arachnophobie ist Angst vor Spinnen. Und das ist bei mir wirklich panisch. Ich habe so panische Angst. Wenn ich eine Spinne sehe, bin ich wie gelähmt. Ich kann mich nicht mehr bewegen, nichts. Und da habe ich mir ein richtig cooles Spiel rausgesucht. Und zwar ein Spiel, in dem wir Spinnen töten müssen. Auf die verschiedensten Arten und Weisen. Wahrscheinlich mit Feuer, denn das Spiel heißt Kill it with Fire. Gibt es momentan auf Steam die Demo-Version. Die Vollversion gibt es noch nicht. Wir gucken uns das jetzt an. Brenne alles nieder. Ich stelle es jetzt schon alles auf. Mich juckt es schon wieder am ganzen Körper. Kennt ihr das? Die Grafik ist auf jeden Fall schon mal Baba. Pick-up-Vase. Was für eine Vase? Achso, ich soll die aufpicken. Oh Gott, ich muss sie drehen. Oh. Open draw. Oh Gott. Das ist so ekelhaft, Alter. Das ist so ekelhaft. Wo ist sie? Wo ist sie jetzt? Ein Clipboard. Kill a Spider. Okay. Ach, man kann hier anscheinend echt alles benutzen. So quietschen die wie so eine Maus. Das ist ja... Ach, damit kann ich auch zuschlagen. Da ist eine. Jawohl. Das ist echt schlimm für mich. Das ist echt schlimm für mich. Jetzt werden diejenigen unter euch, die keine Arachnophobie haben... Der Typ ist doch voll behindert, aber... Ah, Tracker. Okay. Damit kann ich die jetzt quasi finden, oder wie? Ich höre sie nur, aber ich finde sie nicht. Ich höre dich doch quietschen, du Mistviech. Ich höre dich doch quietschen. Hier höre ich dich quietschend. Ah, da hinten. Ah, da ist noch eine. Ah, Gott. Ich höre es von überall. Ich kotze alles voll. Boah, die lebt noch. Alter, was bin... Verreckt. Verreckt doch. Jetzt ist die hinter der Lampe weg, oder was? Hat die die Lampe umgeschmissen, oder was? Jawohl. Da ist die andere. Komm her. Komm her. Bam, Alter. Fuck, die lebt noch. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Die schmeißt halt echt den Fernseher um. Boah, jetzt sind es zwei. Tot, tot, jawohl. Da ist immer so ekelhaft quietschen. Es ist so ekelhaft. Es ist so ätzend. Kann ich laufen? Jawohl. Jawohl. Gefickt. Bathroom. Ähm. Habe ich jetzt freigeschalten, oder was? Ah. Mann, wie so leben die so lang? Verreckt. Oh, wie geil. Jawohl. Stirb. Stirb. Die ist tot, die ist tot. Jawohl. Da ist noch eine. Bam. Bam. Nein, das Haarspray ist leer. Alter, anzünden war ja jetzt übelst perfekt. Alter, wie es hier aussieht. Kann ich das immer noch nicht aufmachen? Die Vorhänge kann ich auch nicht. Hier ist noch irgendwo eine, Mann. Ich finde die nicht. Was ist das? Wurfsterne. Was? Wo? Wo? Hier. Jawohl, man kann die wieder aufheben. Das ist nicht dein Ernst? Boah, Ninja werde ich keiner. Ey, scheiß Viech. Wo ist sie hin? Oh Gott, das ist so widerlich. Die rennen voll auf mich zu. Oh Gott, ich habe eine Gänze erhaut. Das ist nicht mehr normal. Das habe ich gar nicht mehr nachgucken. Ah. Da hinten. Da. Jawohl. Hier ist auch noch eine. Oh. Oh. Alter. Jawohl. Beide zerstört, Junge. Ich check das nicht. Drei von fünf. Drei von fünf was? Was muss ich da machen? Ich habe noch irgendwie eine Aufgabe, oder? Burn stuff. Achso. Ich muss einfach Dinge verbrennen. Das machen wir doch gerne. Oh, da war eine. Hahaha. Jawohl, verreckt. Haben wir es jetzt? Ne. Muss noch mehr verbrennen. Kein Ding. Kein Ding. Ich zunde alles an. Ist mir egal. Nein. Das House Spray ist leer. Fuck. Hier ist irgendwo eine, Mann. Ich finde sie nicht. Wo bist du? Ah. Da an der Lampe. Alter. Wo hast du einen Dusel? Hast du einen Dusel, du Mistviech? Da rennt sie. Jawohl. Boah, ich bin der Über-Ninja, Alter. Ich bin der Über-Ninja. Ah, jetzt habe ich 13 Punkte. Okay. Dann gehen wir jetzt mal woanders hin, weil ich glaube, wir müssen erst eine andere Mission machen, dass wir dann da weitermachen können. Alter, so wird es bei mir daheim auch ausschauen, ohne Witz. Also, ich wäre schon gar nicht mehr da, weil so viel Spendung. Oh Gott, da geht sie einfach weiter. Ne. Boah. So, was machen wir jetzt? First Contact Close Encounters. Boah, ist das ein widerliches Game, Alter. Find more equipment, kill a Spiderling. Da, dahinter sitzt eine. Das weiß ich jetzt schon. Boah, ich wusste es. Die ist rot. Warum ist die rot? Über rot. Boah, das ist so schlimm, wenn du die Scheiße anfällst und dann sitzt die da hinten dran, Alter. Der da, der, 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 boah, das widert mich so anders. Als 100 Pro irgendwo eine, Mann. Das ist mir keine Scheiße. Boah, 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 boah. Ah, noch eine. Bamm, stirbt, stirbt. Puh. Oh, easy. Boah. Bamm, jawohl. So. Yo, was ist das? Eine Platine, hä? Find batteries to equip tracker upgrades. Jawohl. Man stirbt doch beim ersten Schlag. Fuck, Viech, Alter. Jawohl. So ist gut, das finde ich gut. Aufmachen, Pamm, draufhauen, fertig. So schmeckt mir das. Was ist das? Coteinshake, glaube ich. Boah, ist die fett. Scheiße, die werden auch noch größer, oder was? Nein, jetzt ist die da drin. Scheiße. Doch, ich kann das schon aufmachen. Ah. Fuck, da ist ein Fett, der wieder. Jawohl. Ah, das war die. Haarspray, jawohl. Alles gut, Leute. Da brauche ich einen Schlüssel, oder was? Alter, mich juckt es am ganzen Körper. Das ist so... Jetzt ist es nicht mal gut gemacht, grafisch. Trotzdem, es ist einfach so widerlich. Kann ich noch aufmachen? Zehn, da brauche ich, da brauche ich zehn. Ja. Da war eine drin. Wusste es. Stirb. Stirb. Jawohl. Da, nimm den Ball. Verbrennen. Du Mistviech. Stirb, 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 stirb. Oh, was ist das? Schießpass. Ach, da kann ich die bestimmt anlocken, oder? Ja, hier drin ist, glaube ich, keine mehr. Wenn man noch... Ne, eine muss ich noch killen, dann können wir wieder was aufmachen. Ich höre aber auch keine mehr. Ich weiß gar nicht, ob das dafür da ist, um die anzulocken. Mann, ich hab's... Ich hör's doch. Da hinten. Du scheiße Wichsviech, alter. Zack. Boom, baby. Okay. 15. Was kann man da aufmachen? Hier drüben. Ach, das sind Batterien. Was war das? Liquid Room. Wo, 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 wo? Okay, die ist verreckt, die, wo, die, wo da abgehauen ist. Ah, hier kann ich aufmachen. Ah. So muss das. Zack. Ja, voll. Boom. Ja, voll, wie geil. Ja, voll. Unlocked exit. When you replay a mission, you keep your weapons, but the spiders respawn. Fuck off, Junge, das war die Demo, alter, das war's schon. Jetzt war die erste Mission nochmal, weil da haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen. Wir spielen die Demo jetzt schon komplett durch, oder? Burn stuff. Das haben wir vorher nicht geschafft. Boah, wie sie gleich alle verrecken, gell? Hier überall. Zwei Kills und noch keine Spinne gesehen. Da war eine. Boah, die rennen hier überall rum. Es ist so ekelhaft. Es ist so unfassbar ekelhaft. Okay, das war's. Neue Dose. Zack. 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 So, wie viel haben wir jetzt? 45. Komm, das schaffen wir jetzt. Können wir hier noch irgendwas machen? Haben wir irgendwas nicht geöffnet oder so? Die Schublade, jetzt können wir sie aufmachen. Jawohl. Pistole. Pistole. Jawohl. Gibt's hier jetzt überhaupt noch Spinnen? Gibt's jetzt echt keine Spinne mehr, oder was? Waren doch vorher mehr als 13. Ich meine, ich will den Revolver benutzen, Junge. Egal, hier haben wir alles erledigt. Gehen wir nochmal in das zweite Level. Und dann ballern wir mit ein paar Vieh ab. Ah, ich muss einfach nur Ding zerstören. Bilder, oder was? Boom. Das ist ja easy. That's it. Haben wir noch. Kill two spiders with one shotgun blast. Das geht nicht. Also. Ich hab auch keinen Schuss mehr. Discover Secret Room. Ja, hab ich doch. Müssen wir sagen, dass das nicht der Secret Room ist? Dann hab ich da wohl voll discovered. Discover Secret Room. Keine Ahnung. Jo, dann Exit, Leute. Jo, Leute, das war's mit der Demo. Wir haben sie fertig gezockt. Hat jetzt doch ein bisschen Spaß gemacht. So viel hat Spaß gemacht. Vielleicht gucken wir uns die Vollversion an. Könnt ihr, wenn ihr die Vollversion sehen wollt, könnt ihr es immer unten in die Kommentare schreiben. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.